Einfach so zu tief. Hey, viel Spass. Ja, wir sehen uns gleich. An der Sonne. An der Sonne. Ziemlich stabil alles hier. Möge Röbel an. Die SP-I-Roybro. Das ist vorbei, wir sehen uns zur nächsten Zeitung. Wir sehen uns während der Sonne. In der Sonne. Das ist schön. Gut! 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 Das bringt alles nichts! Ich muss fast Free Solo machen! Gut! Oh cool, ich schaue gerade hoch, das ist wahrscheinlich der 2er. So cool, ich schaue gerade hoch, das ist wahrscheinlich der 2er. Okay. Das gute Bitunda. Ja genau, schön. Nein Achtung, wieder runter bei deinen Knie. Du kannst jetzt links schon runter stehen. Links. Ja, Action. An der Wurzel liegt die Wurze. Ja. Ja, Ja, Ja. Ja, Ja. Ja, Ja. Ja, Ja. Da komm ich nicht dran. Ja. 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 Das ist auch ein Ameisenhaufen um Das war's für heute. Okay We are back We were back Are we here? Can we hear the wind? Yes 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 Und dann ist er auch noch gerad und hört den Hälschens. Der Hälschens ist auch noch gerad und hört den Hälschens. Ja, der 1. ist gerade in der Nähe. Da ist etwas, aber ein kurzer. Ja, ist ein kurzer. Wow. Schon mega schön. Ich glaube, der 27 steht. Ja, der ist da. 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 1. Nur eine Zackermaradon. Ich sehe hier keine Pölzen drin, ich habe keine Ahnung. Ja der andere hier, da habe ich eine Kette. Ja schon, aber wenn ich eine Kette einhänge und dem Free Solo Ist das ein Guckloch, das Sie gemeint haben? Ja. Also das werde ich jetzt viel größer vorgestellt. Ist er da gerade hoch? Nein. So sieht es easy aus. Ich muss jetzt sagen, ob das hier rechts durch ist oder ob das hier ein wenig links ist. Aber ich glaube, da habe ich gerade auch die Autos vor. Ich habe auch gesagt, dass es so gut ist. Los geht's. so Sollte Wow Wow! Wow! Ja! Das ist gut! Das ist eine Klinikampion. Oh ja, jetzt haben wir noch ein Rachtstück, he? Ja, wir fangen schon rein, wo die Wälder ist. So gut hältst du mal? Voll kohlig. Voll kohlig. Ja. So gehen wir ins Seid. Okay. 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 Gut, wir kommen. Ja, ist gut. Ja, das haben wir bei ihm wieder. Ja, das ist gut. 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 Und dann kann ich dort auf einen Skywalk schauen. Wenn du besoffen bist. Ja, du kannst Boncing Jump machen. Vielen Dank.